Kommen Sie, probieren Sie mal! Schmeckt super lecker! Wir wissen Ihnen was dabei, eher was Fruchtiges wie Himbeer und Erdbeere, oder eher was Süßes wie Schokolade und Süßschwecken wie Schwarzweiler Kirschtorze, Karamell oder der Klassiker Vanille. Spaki kenne ich ja schon, aber... Wir wollen Sie es nicht sehen. Bei Kaisers. Ja, voll gut zu laden halt. Was machen die Azubis heute hier auf der Gruppe? Na, das zweite Lehrjahr hat selber seinen Messestand präsentiert. Und das erste Lehrjahr informiert sich, da sie ja nächstes Jahr auch den Stand sicher übernehmen werden. Und insgesamt, was sind Neuheiten, wo gehen die Trends hin? Und da Sie ja auch wahren Gründe eine Prüfung haben in verschiedenen Bereichen, erweitern Sie heute hier Ihr Gesicht. Sie sind zum Abitur jetzt ein Programm für Kaisers, im zweiten Lehrjahr nicht gehört haben. Wie läuft das dann? Ja, es ist simpel erklärt. Es ist halt, wir gehen viel arbeiten. Also mehr arbeiten als Schule. Wir haben Schule immer im Blockunterricht eine Woche. Von daher ist das halt mehr praxisbezogen. Die Theorie wird einem halt schnell beigebracht und auch vor allen Dingen hervorragend beigebracht. Und ja, das läuft da alles. Und dass wir heute hier sind, ist Teil der Praxisausbildung? Ja, wir haben halt immer so verschiedene, muss man sagen, Veranstaltungen, wo wir raufgehen, damit wir auch ein bisschen so das Drumherum kennenlernen. Und Kaisers als Unternehmen auch mal vertreten können, damit wir halt besser so reinkommen. Und die ganzen Leute, die sind, kreativ sind, die ganzen Verantwortlichen zum Beispiel für Fleisch und Zweit-Online-Kellern uns vorstellen. In ein paar Tagen gibt es Verögnisse. Wie sieht es damit aus? Gut, die Noten warst. Ja, sehr gut. Das ist ja auch Voraussetzung, dass wir klären müssen. Wie gut müssen Sie denn sein? Ja, zwei. Mindestens. Ich sollte schon eine zweite Anwalt sein, weil es nicht so schick wäre. Das ist auch eine Grundvoraussetzung, dass wir dann übernommen werden weiter für den Handelsfach. Und klappt das? Ja. Die Lehrer sind doch alle gut, wenn man nicht klaren. Das läuft ganz gut. Und wie sieht es aus mit der Perspektive? Soll der Handelsfachbürger nachher noch stattfinden für Sie beide? Selbstreden, klar. Klar. Was macht denn Kaisers eigentlich aus? Naja, einfach. Also der Backstub ist einmal so ein Vorzeigestück. Dann die Bedientheke mit Fleisch und Wurst. Und dann noch Frische ist ja unser Markenzeichen sozusagen. Worauf muss man besonders achten, wenn man so einen Stand betreut? Dass es immer ordentlich und sauber ist. Dass es immer genug Auswahl ist für die Leute, die hier vorbeilaufen. Dass es halt einfach gleich ins Auge spricht. Alles frisch, alles... Qualitativ hochwertig. Und immer eine gute Idee.